Hallo, heute sind wir im Aquazoleweke Museum in Düsseldorf. Wir sind hier vor einer sehr bunten Installation im Aquazoleweke Museum. Und nicht nur wegen den farbfrohen Fischen, sondern auch wegen den Korallen. Das hier stellt einen Korallenriff dar und gibt den Besuchern einen authentischen Eindruck davon, wie Korallenriffe in der Natur ausschauen. Noch ausschauen muss man an vielen Stellen sagen, denn Korallenriffe sind ein sehr stark bedrohter Lebensraum. Die Korallenbleiche ist ein großes Problem und da sind natürlich Aquarien sehr wichtig, die die idealen Wasserbedingungen bieten können, dass Menschen diesen besonderen Lebensraum erleben können, ihn lieben lernen und so auch schützen lernen. Das ist sehr wichtig, wenn man die Korallenriffe in der Natur tatsächlich noch retten will. Denn ohne die Hilfe des Menschen wird es wohl nicht gehen, aber Aquarien sind ebenfalls noch sehr wichtig als Ort des Erlebnisses von Korallenriffen, weil gerade der Ökotourismus den Korallenriffen massiv schadet. Man sieht sehr deutlich, dass da, wo viele Menschen in der Natur tauchen und das Korallenriff quasi in echt erleben wollen, es große Schäden an diesen Korallenriffen gibt. Das kommt einmal natürlich durch sehr unvorsichtige und teilweise auch destruktive Aktionen von Menschen, andererseits allerdings auch ganz indirekt, etwa durch die Sonnencreme, die manche Menschen dann immer noch tragen. Und wenn sie nicht darauf achten, dass es korallenfreundliche Sonnencreme ist, dann gibt es das Problem, dass sie tatsächlich auch zum Sterben der Korallen beitragen, obwohl sie sie ja wahrscheinlich eigentlich nur schützen wollen. Aber im Aquarium haben wir dieses Problem nicht. Hier im Aquazolebeke Museum können die Menschen quasi auf Tauchgang gehen, ohne irgendeinem Korallenriff zu schaden. Vielmehr helfen sie den Korallenriffen noch. Und dadurch, dass sie hier ein sicheres Erlebnis dieser Tiere haben, ein vollständiges Erlebnis dieses Lebensraums, brauchen sie dann auch nicht in die Natur und nicht nur über ihre Reise der Natur selber zu schaden, sondern eben auch nicht vor Ort in den Korallenriffen der Natur zu schaden. Daher sind diese Korallenriffe in modernen Zoos und Aquarien von gleich doppelter Wichtigkeit. Einmal als aktive Botschaft für die bedrohten Lebensräume, aber eben auch als authentisches Erlebnis von echten Korallenriffen, hier an einem sicheren Ort, wo man garantiert weder Mensch noch Tier schadet. Aber das Korallenbecken hier ist nicht nur für die Menschen als Erlebnis toll und wichtige Botschaft für den Schutz der Tiere, sondern auch quasi wie ein Fünf-Sterne-Hotel für seine tierischen Bewohner. Und wie gut diese Installation hier funktioniert, sieht man zum Beispiel an den kleinen Bangai-Kardinalsbarschen, eine hochbedrohte Art, die hier aber erfolgreich nachgezüchtet werden kann. Und das zeigt auch die Stärke solcher Installationen, denn natürlich sieht man die Babys nicht auf den ersten Blick. Und so werden auch Besucher dafür belohnt, sich mehr Zeit genommen zu haben, indem sie auch zwischen den Korallen immer mal wieder kleine Fische sehen. Und natürlich ist so ein Zuchterfolg auch eine Bestärkung für das Natur- und Artenschutzengagement dieses Hauses hier, das Aquazolle-Becke-Museum in Düsseldorf, das hier mit diesem Rundbecken einen ganz besonderen Korallen-Lebensraum geschaffen hat, eben nicht nur für die Menschen, die sich fühlen, als wären sie auf einem Tauchgang, sondern auch für die Tiere, die sich offensichtlich wohlfühlen. Und die Vorzüge dieses sauberen, ungestörten, natürlichen Korallen-Krusten zu schätzen wissen und sich so auch ganz munter fortpflanzen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schreibt jetzt eure Frage in die Kommentare und vergesst nicht, dem Video einen Daumen hoch zu geben. Damit ihr in Zukunft kein neues Video mehr verpasst, könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren.